mit diesem geschoss eine julia und hier sind die zwei einmal hannis automotiv journalist den können wir filmemacher und fotograf aus indien und mit denen bin ich jetzt auf die villacher alpenstraße und schauen mal was wir mit dem geschoss machen und all das ist von carbon fiber? und die schwarze? nein, nur die bonnet, die schwarze und die schwarze ich habe bei denen gepennt heute nacht und die sind gerade in deutschland weil sie quasi dieses fahrzeug shooten im kunai ist ein bisschen was blödes in italien passiert da haben sie die scheibe eingeschlagen und sein laptop geklaut gleich am ersten tag die waren nur kurz bei mcdonalds drin richtig strange jetzt mal gucken wir fahren da jetzt mal hin das wetter ist nicht so geil ich werde da jetzt eine stunde mit den jungs abhängen und gucken was da so geht und dann fahre ich auch weiter schauen wir mal oh das kostet auch noch maut hier wir fahren jetzt hier mal hoch mal gucken was man da überhaupt geshootet kriegt aber das kann auch schon geil sein weil die farbe ist ja schon ziemlich cool um was zu shooten mal kurz zu den jungs den kunal den kenne ich schon ewig mit dem habe ich so die ersten mb grader geschichten gemacht das ist bestimmt schon sechs sieben jahre her und sein kompan den habe ich glaube ich vor drei jahren kennengelernt der hat auch mal ein video über mein 108er gemacht den habe ich da der mich mal besucht in stuttgart war so begeistert vom 108er dass er dann ein video gemacht hat das packe ich mal in die beschreibung mit rein könnt ihr das euch mal reinziehen was der kollege so macht ja wir sind gleich ganz oben und mal schauen was wir dann hier überhaupt noch hinkriegen oder die jungs was die hier planen ich habe keine ahnung aber wir fahren jetzt einfach mal rum jetzt macht kunal macht hier noch ein paar shots Fotos hier und wir wollen hier natürlich ein bisschen action machen auf dem parkplatz hier ist außer uns niemand und kunal macht jetzt ein paar Fotos hier und wir wollen hier natürlich ein bisschen action machen auf dem parkplatz hier ist außer uns niemand und wir wollen hier müssen ein bisschen action machen aber die die kreis sind wir nicht ich rieche 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 so jetzt wollen wir mal ein bisschen drift action so das gab ein bisschen jetzt war fast schon klar ist nichts los also wir sind die einzigen hier auf dem berg auf jeden fall haben wir gerade ärger gekriegt und sind gebeten worden direkt hier abzuhauen schon die polizei gerufen ist okay dann hauen wir halt ab ich sag auch fair enough so ich bin jetzt auf dem weg wieder nach stuttgart und ja war ein kurzes vergnügen aber cool dass bei den jungs schlafen konnte die sind jetzt gleich auf dem weg nach dem graz und mal schauen ob es noch okay gibt